Wir brauchen dann auch für die Oberpfälzer Zeitungen praktisch den neuen Tag. Ich habe gedacht, das wäre der Foto. Wieso sprechen Sie denn immer so leid? Das ist ja furchtbar. Herr Ministerpräsident, bitte auch bei mir bleiben. Herzlichen Dank. Schauen Sie mal, hier ist auch noch jemand. Wunderbar. Bleiben Sie, bleiben Sie, bleiben Sie. Bleiben Sie nochmal. Wunderbar. Wie war denn das heute auf der Bühne? Das war spannend und es war vor allen Dingen spannend, wie wird das Publikum reagieren, weil es sind ganz viele Filme und Stoffe ausgezeichnet worden, die sehr schwer sind und deutsche Geschichte und Konzentrationslager, Fukushima und nochmal alles absolut preiswert, unfassbare Leistungen. Das hat Spaß gemacht, aber es war eine Herausforderung und jetzt brauche ich ein Bier. Danke. 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 Liebe Gämmrich players. Das ist ein Schatz. Das ist ein Schatz.